Eddie, das musst du nicht tun. Doch, es geht immerhin um die Ehre meiner Frau. Ist das der Typ gewesen? Ja. Verzeihung, bitte. Hallo. Nette Jeansjacke. Wie ich höre, müssen Sie wohl den Eindruck bekommen haben, dass wir zwei Menschen sind, die es sich nicht leisten können, hier zu kaufen. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass meine Frau heute Geburtstag hat und ich möchte etwas von Vi Petal kaufen. Und ich hätte beinahe heute krank gefeiert. Lass mal sehen, da hätten wir das Wochenendangebot stilvoll. Da stehen ein paar Akten-Taschen, die kommen dir doch sogar gelegen. Die fangen bei 800 an. Ich kenne meine Frau gut genug, um zu wissen, dass sie ganz bestimmt einen Vi Petal Schlüsselanhänger will. Die gibt es auf 350 Dollar. Sie haben recht. Wir können es uns nicht leisten, hier zu kaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer von uns ihn gerne in den Hintertreten würde. Ich würde sagen, wir trinken ein Kaffee und warten, bis es Schluss hat. Ich bin ein Kaffee. Hier ist es nochote можешь und wir sehen.